Das Besondere am Fechten sind die unfassbar schnellen Abläufe. Ein untrainiertes Auge würde jetzt kaum erkennen, was innerhalb von Sekunden im Fechten passiert. Mich fasziniert am meisten am Fechten die körperliche und geistige Beanspruchung, die es dort gibt und dass jedes Mal beim Training man wieder an seine Grenzen gehen kann. Ich bin schon sehr lange beim Fechten dabei und ich bin vor allem auch deswegen dabei geblieben, weil der Sport an sich einfach extrem faszinierend ist. Es ist eine Randsportart, aber wir sind so viele verschiedene Altersgruppen da, dass wir einfach, also für mich ist es halt langsam eine zweite Familie geworden. Also jeder der zum Fechten geht wird auf jeden Fall sehen, dass er gewisse Voraussetzungen schon hat. Die eine mehr, die andere weniger. Auf jeden Fall athletisch ist das Sportliche, aber halt auch die schnellen Reaktionen, die im Kopf erfolgen. Aber des Weiteren bereit sein, hart zu arbeiten, weil nur so kann man sich auch in diesem Sport nach oben kämpfen. Darüber hinaus möchte ich noch erwähnen, dass Neulinge immer willkommen in unserer Abteilung sind und ich mich persönlich besonders über Neulinge freue, da ich das Kindertraining mache am Donnerstag und das immer sehr viel Spaß macht. Mir und ich glaube den Kindern auch.